Herzlich Willkommen zu einem Format, das wir jetzt schon länger nicht mehr hatten und zwar Willkommen zu Marx baut hässliche Tiere in Spohr Okay, wir hatten es wirklich schon länger nicht mehr, wobei ich es damals recht witzig fand. Hier irgendwelche hässlichen... Okay, diese Fresse schon mal direkt, aber mal zwei. Und Augen, Augen so hässlich wie die Nacht. Das Format fand ich damals sogar recht witzig. Oh, aber nur ein Auge. Alter. Und deswegen würde ich es gerne wiederholen. Wie mache ich das größer? Ah ja, genau. So ging das. So ist das geil. Äh, ich will es aber... Ah. Spiel. Ja. Jetzt haben wir schon mal einen Teil des Oberkörpers. Das sollen Augen sein? Okay. Okay, okay, okay. Das schaut noch viel zu gut alles aus, gell? Das da. Also, die Beine. Und ich will die Wirbelsäule verlängert haben. Ah, wie ging das? Ah, so. So. Und da vorne kommt der Nahkampfstachel drauf. Waffe, Waffe. Details. Oh, da kann man das drauf tun. Die Kettensäge. Äh, Kreissäge. Kettensäge. Jo. Ähm. Und ich will irgendwie das da hier dran haben. Okay. Wir brauchen noch Hände für das Ge... Oh. Hörner. Brauchen wir auch noch. Und zwar... Hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Vieh wird zu schön. Und es bekommt ein Geweih. Ans Auge? Ne. Das geht nicht. Ich will doch nicht deine Schuhe verkaufen. Hm. 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 Ah, ich bin ganz zufrieden mit dem Vieh bis jetzt. Okay, wieso machst du sowas? Ah! Jetzt. Oh, spiel, beruhig dich. Ja, ich finde, er ist wunderschön. Wirklich. Das ist der Hammer. Voll die riesen Geweih. Haha. Du Scheiße. Aber ist okay. Damit kann er auch fliegen. Im Falle des Falles. Hahaha. Okay. Er hat zwei Mäuler, die noch nicht so ganz optimal sitzen. So. So. So ist das geil. Okay. Arme. Arme sind auch noch eine gute Idee. Ich kann aber auch noch Füße verpassen an der Renner. Und zwar die Saugglocken. Ach du Scheiße. Ist das fässlich. Äh. Okay. Okay. Dann bekommst du halt mal. So. Die Muskelpakete. Das finde ich so fast ja noch lustiger. Okay. Okay. Jetzt noch so richtig hässliche Kackhände. Haha. Und zwar die Saugguss. Okay. Du bist echt ein Kackvieh. Und eine Blume. Muss sein. Haha. Okay. Und. Was ist das? Ne. So richtige Flügel. Nein. Scheiß auf richtige Flügel. Kann sein, dass ihr gerade mein Handy gehört habt. Falls ja. Tut mir das leid. Oh. Das ist cool für den Rücken. Boah. Ungeahnte Möglichkeiten. Handy. Halt die Fresse. Na. Oh. Ich kann den noch dick machen. Was ihn irgendwie total lustig aussehen lässt. Okay. Dabei will ich das Ding. Hallo. Hallo. Okay. Dann nicht. Okay. Ich finde unser Vieh hier ist sehr gut gelungen bisher. Wir sollten ihn noch ein bisschen bemalen. Und schauen. Hallo. Lade doch mal fertig. Aber ich finde das ist eigentlich schon direkt am schicksten. Dann. Ähm. 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 Das da. Irgendwie lädt das gerade recht lang. Ich glaube weil da recht viele Sachen dran sind. Oh. Das schaut aber auch ganz cool aus. Ja. Ich bin hierfür. Ich wähle das da. Aber. Ein Detail fällt mir gerade noch auf. Ich will den höher haben. Ähm. Und. Ah. Nein. Nicht die Stacheln. Sondern diese Kugel. Sollte Richtung. So. Jetzt ist das so ein richtig behindertes Gackvieh. Mit so den Beinen. Okay. Damit bin ich jetzt echt ganz zufrieden. Ach. Jetzt lädt es wieder. Aber ich will den Testlauf starten. Testlauf. Oh Gott. Wie es läuft. Ach mir. Das will. Und sein. Pimmel hin und her schwabbelt. Okay. Wir lassen uns mal verschiedene Sachen machen. Ach. 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 Oh Mann. Schaut das Ding behindert aus. Wow. Halt die Fresse. Und es sitzt ziemlich komisch. Handy hör auf. Bitte. Danke. Schlagen. Okay. Stampfen. Komm zur Sache. Hibbe die Hopster. Okay. Ja. Dann. Hätte ich gesagt. wie beim letzten Mal. Aber ein bisschen anders diesmal. Und zwar. Ich weiß, dass manche unserer Zuschauer dieses Spiel auch haben. So. Jetzt ist eure Aufgabe. Aber ihr macht entweder ein Screenshot oder selber ein Video und schickt uns das Ganze an unsere Facebook Page die unten in der Beschreibung ist. Dann. Ähm. Kann ich vielleicht fürs nächste Wochenende oder so ein Video daraus basteln. Indem. So. Die besten. Spore. Missgeburten. Ever. Äh. Drang kommen. Oder so. Und ich sollte mir immer merken, dass ich nicht mit Facecam aufnehme. Weil ich hier gerade sitze und irgendwelche. Wilden Gesten mache. Okay. Also. Glöd. Beispielsweise. Bei dir weiß ich, dass du es hast. Und. Äh. Dass du auch. bewandert bis zum Video erstellen. Also hoffe ich, dass du auf diesen Aufruf. Folgst. Und dir dann deine eigene Spore Missgeburt erstellst. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Oh Gott sind die Dinger hässlich. Bis dann. Tschüss.